Und gucken was so anliegt. Da liegt einiges an, aber wir haben natürlich das Problem, dass wir die Sache mit dem Hügel machen müssen unbedingt. Ja, das heißt wir können nichts langes angehen, den können wir eigentlich schon mal wegschicken, oder? Ja. Spricht irgendwas dagegen? Ich glaube nicht. Naja, dagegen spricht, dass er mindestens ne neun würfeln muss, aber mehr haben wir nicht. Wir müssen damit leben, dass es den Zufall bringt. So, was haben wir hier? Rangaufstieg geht nicht, keine Zeit. Hier sind beide beschäftigt. Training haben wir keins. Flüche sind auch beide unterwegs. Harem noch 20 Tage, Octavia 35. Andere verlorenes Wissen. Ach, das könnte Amiri machen. Ob sie jetzt hier rumsteht. Ja, dann kannst du es probieren. Es sind 150 BP, aber es ist kein... Ja, dauert ziemlich lang, aber was soll's. Ja. Damit ist wenigstens Amiri wieder beschäftigt. Regionen können wir nicht machen. Da müssen wir anwesend sein. Wo? Also, raus hier. So raus hier, gut. Wir können ja nur uns die Zeit vertreiben, bis dieser dämliche Hügel wieder aktiv macht. Das kann ja nicht mehr lang dauern. Da fliegst du zugenäht. Und Kleinigkeiten haben wir jetzt nicht mehr allzu viel. Wir gehen, wie immer. Ja, wir müssen noch die Sache mit J-Tal dann angehen, bei Gelegenheit. Aber erstmal wollen wir uns die eine Region noch holen und gucken, was er noch bauen kann. Ja. Und dann machen wir die Sache mit J-Tal. Weil die müssen wir ja auch erstmal, ich weiß nicht, wann du die das letzte Mal hast, hochsteigen, also geschult hast. So, Jelene ist erledigt. Ja. Dann guck mal. So, blenden wir die abgeschlossenen aus. Ja, da sind wir gerade vorhin aus Versehen drüber gestolpert. Können wir ja weitermachen. Ja, die richtige Reihenfolge. Ja. Das ist eigentlich so eine Sache, wo man sich überlegen, wo man drüber nachdenken muss. Aber ich glaube, es war ziemlich weit weg. Es war ziemlich weit. Wenn wir da jetzt hier alle Tage brauchen, um da hinzukommen. Äh. Muss ja irgendwas sein, wo wir gewesen sind. Nee, das kann es nicht sein. Wir müssen ja eine Verbindung hergestellt haben. Schon. Sonst wären wir ja da nicht gewesen. Hätten wir da nicht sein können. Ach. Da muss ein Weg hin. Ich habe es mir aufgeschrieben. Mystischer Schrein war das. Ja. Nee. Das ist der Schelin-Tempel. Hm. Ja. Irgendwo hier in der Gegend. Auf jeden Fall müssen wir den Weg dahin gefunden haben. Also kann es ja nur... Hechtlauf. Mit Straßen ansehen. Wir müssen ja da gewesen sein. Also muss das dunkel sein. Aber... Gibt's das? Das sind doch hier hingelaufen. Ja, ich guck doch... Hm? Was? Ja. Guck dir die dunklen an. Nee, die Ruinen, sonst nicht. Die kennen wir ja. Ja. Geh doch weiter hoch, nach Norden. Nach Norden. Ich glaube nicht, dass es weiter unten war. Ja. Hier. Da wurde... Zum Beispiel hier. Das... Nein. Ja? Nee, auch nicht. Landstraße. Hier. Da ist er. Mann. Auf jeden Fall ist es klar, wenn man da gewesen ist, muss es auch eine Verbindung geben. Mhm. A rest is in order. Ja, okay. Wir werden resten. Ja. Ja, rasten man es natürlich. Die kann fünf Minuten in der Hauptstadt gewesen sein und schon ist sie wieder müde. Ja, jetzt lohnt sich das. Ja, wir wissen es ja eigentlich. Jetzt werden sie alle müde. Ja, hier sind sie. Kann man da überhaupt schlafen, rasten? Äh. Quats. Kam mir vor wie eine ziemlich kleine Karte, aber nö. So klein ist sie wahrscheinlich gar nicht. Wir gucken mal. Hier. Nein. Komisch, deine Karte kommt, die ist nicht freiwillig draußen. Oder doch? Ja, ist komisch. Der ist immer wieder drin, ne? Ja. Hey. Ich geh gleich wieder raus, wenn er uns hier nicht rasten lasst. Na ja, kam mir vor wie eine ziemlich kleine Karte. Na gut, dann war's. Wir waren ja schon mal hier. Ja. Irgendwie waren die Ladebildschirme ein bisschen sehr lang jetzt langsam. May we have a moment of respite? Ähm, ja frag den Boss. Deswegen sind wir hier. Wir beginnen. Keine Lagergespräche heute. Ne, die sind alle viel zu müde. Okay. Dann rein hier. Mal gucken, wie man hier schieben muss. Am besten gucken wir uns erst mal die Karte an. Laufen mal rund um. Ja. Vielleicht finden wir da einen Hinweis drauf. Ja, natürlich. Aber erst mal. Erst müssen die Hunde behandelt werden. Inimosi, Travisi. Ready and willing. Esi, Axi. Right here, mein Freund. Inimosi, Travisi. Keep your eyes open. Inimosi, Travisi. I won't let you down. Esi, Axi. Yes. I'm listening. So. Inimosi, Travisi. Gut. Alle zusammen. Los. Aha. Da können sie sogar hin. Alles Nichtschwimmer hier. Ja. No stopping now. Hä? Der Geist ist weg. Hm? Der Geist ist weg. Hm? Ja. Ja. Tja. Ihr werdet uns nicht vergeben. Wir euch auch nicht. Was soll das denn heißen? Ja. Das ist doch irgendeine Königin. Aber nicht wir natürlich. Also es ist nicht die, die hier rumläuft. Und ja. Ja. Ich habe gehofft, wir finden hier irgendwie irgendwo einen Hinweis, wie man die Teile hier schieben muss. Aber. Kannst du dir ja angucken. Aber. Kannst du dir ja angucken. Ja. Probieren. Ja. nicht. Äh. Halt. Halt. Hoffmann. Ich verstehe nicht, was ich hier machen soll. Ja. Ich auch nicht. Irgendwo die richtige Reihenfolge oder sowas hättest du doch gesagt. Ja. Die Megaliten in die richtige Reihenfolge zu bringen. Doch was ist die richtige Reihenfolge? Ja. Also der eine ist stehen geblieben. Aber wahrscheinlich nur, weil wir keinen weiteren berührt haben. Wie der eine ist stehen geblieben? Naja, der eine ist ja jetzt oben. Ja. Die anderen. Und dann jedes Mal, wenn wir einen anderen berühren, dann geht der wieder, ja genau. Es rutscht immer so rum. Ja. Ich kann die Stelle markieren. Ja. Genau. Äh. Ja. Vielleicht solltest du die einfach hinstellen. Ich sollte mal einen aussuchen, der das macht. Ach ja. Vielleicht gut. So. So. Ich kann hier ja nichts machen. Ich kann die ja hier nicht seitlich verschieben. Ja dann. Ja dann. Keine Ahnung. Fehlt hier an. Was? Packst du in die Mitte und warte. Geht nicht. Kann ich nicht. Ich kann nur hier rauf und runter schieben. Ich habe nur hier Hände. Ich weiß es. Der geht dahin, wo ich hinklicke. Und die sehen alle gleich aus. Sieht immer. Die Zeichen sehen alle gleich aus. Also wenn man. Ja das Zeichen wiederholt sich darauf. Ja wenn ich auf die Hand klicke, dann rutscht der dahin. Genau. Wenn ich hier drauf klicke, dann rutscht der dahin. Und haben die anderen irgendwie, die da irgendwie sind, haben die irgendwelche. Die haben alle kein Zeichen drauf. Nur die hier. Bringt die Megalithen in die richtige Reinfläge. Nur die beiden, die da wohl. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich auch. Dann mach mal was anderes. Also ich hab auch keine Ahnung. Vielleicht fällt uns irgendwann mal was ein. Meinst du ja. Aber ich wüsste im Moment nicht, was ich hier machen soll. Da unten liegt auch so ein komisches Ziel. Ja das ist das. Und das ist das, wo das drauf steht. Ja. Ihr werdet uns nicht vergeben, meine Königin. Das werden auch wir nicht. Was immer das heißen mag. Vielleicht hätten wir mit der reden sollen. Als wir das erste Mal hier waren. Aber es sah nicht so aus, als ob man mit ihr reden könnte. Aber äh. Hat nicht so ausgesehen. Nö, die war dann gleich wieder verschwunden. Wir gehen. Wir gehen. Da haben wir mal irgendwo. Vielleicht gibt es irgendwo mal eine Auflösung. Dass wir das dann wissen. Oder jetzt haben wir keine Ahnung. Mir fällt da absolut nichts ein dazu. Wir sollen die Megaliten in die richtige Reihenfolge bringen. Aber wir haben nur einen. Und man kann nur die vorne bewegen und die anderen kann man gar nicht sehen. Und man kann sie nur vor und zurück bewegen. Was ist hier? Ach. Äh. Was denn? Kannst du nicht lesen. Nö. Ich lasse immer ein Stück laufen. So lange bis wir nicht mehr außerhalb der Reichweite sind. Und. Aha. Gut. Danke. Ja. Ja. Ich könnte alles fertig. Das ist gut. Äh. Können wir ihn für irgendwas einsetzen? Das wollte ich auch gerade fragen. Wirtschaft? Nein. Training? Nein. Flüche sowieso nicht. Kann er nicht. Andere. Haben wir nur den einen. Da ist Amiri dran. Regionen? Nee. Ja. Okay. Lassen wir ihn halt erstmal stehen. Hat er nichts weiter zu tun. Hier. Hier. Unheimlicher Brunnen. Das muss man. Was zum Gucken. Ist der unheimliche Brunnen. Hier unten steht der Nächste. Da steht nur unheimlicher Brunnen. Ist das eigentlich drin in dem Ding hier? Ich habe im Luftbuch nichts gesehen. Wir können mal gucken. Das ist das. Die hungrige Königin. Da waren wir gerade. Region verbessern. Uralter Fluch. Noch 17 Tage. Urstand. Annexion. Staatsdiener. Königreich. Schattenjagen. Das ist Chetal. Und der Pakt mit dem Teufel. Mal ausklappen. Manchmal ist hier noch irgendwas drin. Die hungrige Königin. Das ist erledigt jetzt. Die Miliz von Warnburg. Da stand aber auch nur Gelegenheit bei dem Ding mit dem unheimlichen Brunnen. Oder? Wir gucken gleich. So die Herzensangelegenheiten haben wir erledigt. Regionen verbessern. Haben wir jetzt keine Zeit. Wir müssen auf den dämlichen Hügel warten. Da hatten wir. Hatten wir. Hatten wir. Hatten wir. Uralter Fluch Schattenjagen. Ja. Ja. Pack mit dem Teufel. Ja. Da steht nichts im Logbuch. Nö. Ich bin verwirrt. Hier. Ja. Ja. Was für ein Brunnen. Wo denn. Hm. Der bei uns in der Hauptstadt. Aber kann man hier. Gibt es hier ein Bild. Ne. Es ist die Hauptstadt. Ja. Was sehen wir denn als Auszug. Hier gerade. Das sind doch. Wo ist das. Geneville ist das. Das ist Geneville ja. Er geht immer. Er zentriert sich immer auf Geneville. Ja. Keine Ahnung was das für einheimliche. Wir haben hier eine Zisterne. Aber die werden ja wohl kaum machen. Kann auf ewig fließenden Brunnen verbessert werden. Haben wir das schon gemacht. Das können wir eigentlich mal machen. Können wir machen. Loyalität ist nicht verkehrt. Verbessern. So. Gut. Danke. Aber das war es ja wohl nicht. Nö. Glaube ich auch nicht. Aber wir können es jetzt gemacht so gesehen. Das Herrenhaus ist noch im Bau. Ich wollte mal gucken. Die Adelswälder. Was bringt die denn? Gemeinschaft, Beziehung und Spionage. Na. Bauen wir doch. Klar. Wir haben ja gerade Zeit. Sofort auf der Stelle. Bauen wir es gleich mal. Kann nur sein, dass du nicht genug Geld hast. Oder nicht genug Platz. Wie viel Platz braucht die denn? Ich dachte da dahinter wäre noch ein Platz gewesen. Hier. Aber warum nicht hier hin? Ja. Geld genug hatten wir also. Ja. Das ist doch schön. Geld genug haben wir. Wir haben immer noch 111. Ja. Gut. Aber mehr wüsste ich im Moment nicht. Nö. Machen wir jetzt auch nicht. Aber dieser Brunnen, was macht man mit diesem dämlichen Brunnen? Ich weiß es nicht. Irgendwie kommt ja mal irgendwas vor. Wir können rausgehen und gucken, ob das unser Brunnen in der Hauptstadt ist. Nö. Ja. Die haben wir gerade verbessert. Äh. Quatsch. Hm. Wir haben ja auch noch Brunnen woanders auch. Hä? Aber einen unheimlichen Brunnen. Ach so. Wir waren ja noch gar nicht da. Nein. Was für ein unheimlicher Brunnen. Es ist aber nichts im. Es steht nichts im Buch. Wir können immer mal wieder vorbeigucken. Wahrscheinlich ist es nicht. Da kommt die Meldung. Das ist vermutlich müßig da jedes Mal vorbeizugucken. Jetzt haben wir wieder eine Meldung. Äh. Jetzt kommt es. Die Leute reden immer noch über den seltsamen Brunnen. Ja was ist denn mit den Brunnen? Halt. Ähm. Kultur plus eins haben wir jetzt. Äh. Vielleicht weil wir den Brunnen jetzt verbessert haben, aber was soll's. Aber es scheint erledigt zu sein. Nur. Dann hätten wir ja nicht Kultur plus eins gekriegt. Ja. Rasserei. Ah. Na? Machen wir keinen. Ah. Oh. 1,8. Na gut. Wir haben noch. Wer wird frei? Äh. Ja. Tristian. Harim. Hm. Tristian in 23 Tagen. Oh. Das ist ja der 30ste. Das wird knapp. Harim in 17 ist schon besser. Ja. Ist 24. Und Octavia fällt aus. Die ist erst die 32. Harim muss das machen. Ja. Ja. So. Mehr haben wir hier nicht. Nichts über den Brunnen. Nein. Aber die Sache war jetzt zu Ende. Weil da stand plus. Sie reden zwar immer noch darüber. Ja. Aber das ist erledigt. Ah ja. Er ist jetzt rechts alles erledigt. Ja. Da steht doch plus eins Kultur haben wir jetzt gekriegt. Hm. Du hörst nicht zu. Nein. Du wirst dich ärgern. Stimmt. Ja. Dieser blöde kahle Hügel. Es reicht's aber. Ja. Jetzt mach endlich mal. Wir haben bei anderen Sachen zu tun. Und die dauern. Die kommen ja schon los gebremst. Karle Hügel betreten. Kommt ihr endlich mal. Raus hier. Wir bohren sonst gleich selbst ein Loch hier. Bis zu dieser schlimmen Blüte. Nein. Da ist immer noch nichts los. Und dann, wenn du da nicht mal dran denkst. Und irgendwo unterwegs bist. Ja. Nix. Dann kommt's. Nix. Null. Komma. Gar nichts. Und dann kommen wieder diese rasenden Tiere, die alle Bürger auffressen. Ja. So. Alle Bürger. Ich meinte, hier ist auch ein paar Bürger übrig bleiben. So, na dann gucken wir jetzt noch ein paar Sachen an. Ah. Gut. Hoffentlich haben wir da mehr Erfolg als mit diesen komischen Dingsbums Dingern da. Ja. Wir nutzen jetzt mal ein Teleport. May we have a moment of respite? Äh. Muss noch ein Momentchen warten. A rest is in order. Ja. Wir gehen mal nach Warnburg gucken. Da haben wir. Die wollten gerade ausruhen. Nein? Na gut. Ja. Ist doch gut. Ja. Wie ist es gut? Können ja gleich rasten her. Muss keiner jagen. Ach, Pepe wär der richtige Sklaventreiber. Da würden die alle arbeiten müssen. Das hat doch keine Zeit gekostet. Ja. Wir schlafen. 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 Schlafen gut. Da. Was haben wir da vorn? Jetzt ist es dunkel. Ja. So, hier haben wir ja eigentlich nichts weiter zu tun. Nein? Warum bist du denn da hin? Tierwald können wir mal reden, wie es hier so geht. Mhm. Mitten in der Nacht. Wie spät ist es? 0 Uhr 18. Das ist die richtige Zeit, um Leute zu besuchen. ja für dich wahrscheinlich so hallo wie läuft es mit der miliz hat sie eigentlich gesagt ja kann es mir aber was von dir erzählen mhm ich hab also früher eine bande angehört naja es war ja ist ja wohl nicht die einzige auch ich wüsste mit der bande kannst du fragen wenn du willst aber über euer handwerk ich hab nur runter gescrollt um zu sehen was alles da unten noch zur verfügung steht was war damals normal glaube ich die mussten zu einer bande gehören ja ich kann ja mal fragen solche banden kann man mehr gebrauchen naja ich weiß ja nicht ja ja so gut so rasputin ja ja also ein naturtalent im heute nur mit dem gerben hat es noch nicht so ja mit so einer klappernden blechbüchse ist ein bisschen schwierig sich anzuschleichen gut 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 danke reicht erst mal so wir gehen wieder wer bist du der händler aber die haben sowieso alle das gleiche haben wir festgestellt haben namen ja ja den wegweiser kannten wir auch schon eine bauersfrau ist da hinten jetzt sind wir wieder im feld ich wollte ja eigentlich zum ausgang da wollte ich ja hin es ist wirklich höchst interessant diese folge ja doch ich glaube da hätte man schon fast lieber was überspringen sollen meinst du nicht ich meine es war schön mal wieder in warnburg zu sein hallo was los die wollen nicht raus ja da war ja nicht viel neues so ich habe eine gute sache gemacht wenn die sache mit dem brunnen gemacht okay so und wir haben hier haben wir haben warum gute frage nächste frage ein ereignis ja man ich wollte hier die gegend angucken aber ja wir können ja teleportieren hier also insofern ist das ganz okay kostet ja keine zeit ja betreten und in den thonsaal mein ich dachte wir können uns jetzt während der zeit wir hier rumstehen und warten noch ein paar neue gebiete angucken aber wieder nix so was los aha wieder schon na gut ich weiß schon worauf er abzielt ja er ist doch ein geschichten erzähler den lehrer der hart daran arbeitete die geschichten für die nachwelt zu erarbeiten überausweise klar ja das war leicht zu durchschauen aber immerhin kultur 2 loyalität 3 gemeinschaft 3 doch gut wo war es das jetzt passt das hier ist ja noch was ach so das ist wahrscheinlich ja audienz gewährt ach hat das geschlecht gewechselt was macht unser kurator warum stand unsere beraterin ach so was unsichtiges und warum war hier oben was war da oben noch frei warum da waren noch so ein paar ausrufezeichen oder was aber habe ich es übersehen ne da waren zwei ausrufezeichen da waren zwei neue projekte aber das war hier rangaufstieg ja ich weiß müssen wir aber ja wir können jetzt noch mal mit dem kurator aufsteigen aber der ist sowieso beschäftigt ja und wir kommen jetzt warten es reicht jetzt ich will jetzt zu diesem scheiß entschuldigung aber ehrlich zum kahlen hügel endlich bösartige streiche ja toll problem wer macht das haben wir jemanden gut gut und wir gehen ja jetzt hin starten flüchtlinge haben wir das ist ein problem also wer kann das machen na Valerie ja da muss sie eine 5 würfeln da hat sie eine einigermaßen chance ja gut starten und das muss sowieso noch warten das kann nur harry machen der wird erst in einige zeit frei und jetzt geht es endlich mal auf zu diesen dämlichen hügel damit man da ganz egal obwohl es schon lange nicht mehr hier fest hängen da mich wird aber echt zeit jetzt dann kann man sich endlich die andere machen die da rum gehen so gehen annehmen und jetzt gucke ich erst mal ins logbuch wie weit vorher das ist damit man nächstes mal nicht wieder so lang hier rumschleichen warten dass wir genau wissen wann es losgeht ja letztes mal waren wir immer zu spät so warum sieht er hier ja 14 tage also zwei wochen gut jetzt wissen wir genau in zwei wochen endlich kämpfen an ich wusste gar nicht dass ich so gerne kämpfe naja ich guck gar nicht ich auch nicht die sind auch nicht so richtig lustig diese kämpfe mit den Figuren die da rauskommen die man erstmal dezimieren muss bevor die Anführerin kommt ja wie sehen die eigentlich alle aus guck mal jetzt sieht man es aber die hunde und so wie sehen die aus ja die müssen jetzt erstmal es muss erstmal alles gemacht werden was gemacht werden muss so du hast du noch ein Tränklein ja sie hat noch einen den nimmt sie gleich mal so du behandelst erstmal dein hund du behandelst dein hund und dann und dann na na you can count on me something bothering you jawohl jawohl alle erstmal beschäftigt kann sie was tun singen kann sie äh der hält nicht so lang ne der ist eine Minute pro Stufe sie kann hast machen und sie kann singen sie kann schon mal hast machen genau ist auch nur eine Runde pro Stufe aber so jetzt zweite Runde Hundeschutz so die hast ist da hat schon ja 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 orkanbogen gut mach den orkanbogen mach auch orkanbogen hm was hast du hübsches nichts orkanbogen kann sie auch machen ja ja so du kannst schon mal anfangen zu singen und du gibst sie uns ein Segen so und dann können wir mal vorwürfen so Pause alle zusammen hä ja 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 mal ein bisschen zu lang vielleicht nicht verkehrt aha da sind sie schon rotkäppchen naja ja eigentlich könnte sie ja auch ihre Freunde holen ne noch mehr noch mehr rotkäppchen klar macht sie ja auch so erst mal auf die nächsten we can we can do it we can do it i got you dead du kannst 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 nicht zu früh das pulver verschießen ach ich weiß nicht 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 auf den du kannst uns mal was nettes geben beste hoffnung hilft und du machst uns mal unser kleeblatt das ist doch auch was hübsches und ansonsten müssen sie alle erst mal still halten ja ist doch gut ihr habt kein ziel mehr dann wollen wir euch mal eins geben die nächsten jetzt wird es langsam ein bisschen blöd damit habe ich natürlich nicht gerechnet dass die jetzt von allen seiten auftauchen machen die doch hier immer die kommen doch aus allen möglichen böse zauberkatzen normalerweise sind bis jetzt immer aus dem loch hier rausgekommen naja dann man sollten schon angreifen ja hier der muss hier decken octavia auf den der muss weg der ist am gefährlichsten im moment kämpft eigentlich valerie oder hält sie noch still weil du sagst du musst still halten ich denke mal sie hält still oder oder hat sie ihre team noch nicht gemacht sie hat gemacht sind da schon welche da von ihr ja die geht da rüber ist das so schlau die soll lieber hier vorne blocken ob wo macht es da recht schon da oben kommen nämlich noch mehr raus aufpassen da kommt jemand auf tristian ja das ist irgendwie ein bisschen schlecht ich glaube ich sollte die mal ein bisschen zurück ziehen wir wissen nicht ob nicht von ihnen auch welche kommen aber klar da würde ich schon mal so ja so also so massen dinger funktioniert hier ah guck mal da ist sie da ist sie da ist sie da ist sie okay dann okay einmal zweimal da drauf du machst du machst 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 dir ein eis gefängnis wenn sie das nützt nichts moment mal hatte sie nicht irgendwas das war wohl nicht lindsee okay lindsee kann hier die modden verteilen genau da war doch was hübsches der kugelblitz ist ganz nett ich dachte wir hätten hier was hübsches gehabt auf lösung probier's machen kann ich nicht schaden so und du holst ein der die tante schön beschäftigt doch doch da ist ein schwarzer mann oder sowas ähnliches ja naja macht ja auch jemand macht ja noch immer den äh das elementar ja ja ich guck nur das augenfehlwesen ach jetzt werden sie schon kommen sie schon zu zweit schicke hütte hat ja auch den kopf naja da kommt immer noch welche normalen schwarze männer da kommt mehr schwarze männer ja teil vier okay das war jetzt gar nicht mal geschlecht teil vier ist erledigt ja wo gut okay dann würde ich sagen machen wir jetzt schluss ja wir haben lange drauf gewartet dass das endlich erledigt wird ja endlich ja wirklich tun können was wir eigentlich wollen jetzt kommen wir endlich mal was vernünftiges machen gut bis dann ja bis dann tschüss tschüss pf 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 Untertitelung. BR 2018